ein mehr mäßig guten tag wünsche ich euch und es geht weiter mit der legend of zelda ocarina of time und wir betreten direkt den deko baum weil wir das ja jetzt als nächstes machen müssen so ja es ist halt montag und es geht weiter ganz normal standardmäßig und letzte folge ihr wisst ja noch was letzte folge passiert ist weil es nicht so lange her ist hier ein bisschen jetzt zum deko baum weil und so ich bin ja nicht so was ist los ich habe es gerade irgendwie nicht so drauf mit dem kämpfen alter ja was ist denn los nicht wundern warum ich gerade so kacke bin ich bin eigentlich besser mein gott die dekonos im gegensatzmenü kannst du sie auf tasten platzieren wird die deko lustiges verplatzen und deine gegner betäuben war ich muss mit dem stock mit den kommst zu themen ist wieder klarkommen meine fresse ich bin sehr viel hoch aber wir müssen erstmal ein bisschen weiter kommen in diesem spiel so und gib mir herzchen ja ja da sind so viel störe ich seine truhe hoch die leuchtet wunderschön wir werden karte wie unnötig das ist ja ultra unnötig naja da wir noch nichts haben mit dem wir irgendwie diese spinnen angreifen können wird schon behaupten gehen wir erstmal weiter weil die würden uns nur unterschubsen obwohl vielleicht und meine tue zu öffnen stelle dich genau davor meine tue zu öffnen stelle dich genau dafür drücke a achte auf das blaue aktionssymbol es befindet sich am oberen bildrand ich glaube wir können da doch da ist bestimmt noch irgendwas gutes aber ist noch diese spinnen ich versuche es einfach mal man hat es mal ich weiß dass der hochwert sein kann du da kann man nämlich durch meine schleude hat das auf jeden fall nein so geht schon mal nicht egal jolo gehen wir weiter der letzte part wird ein bisschen länger das war jetzt nur weil es der erste part war nicht wundern das wird jetzt nicht immer so sein aber ein deku na wie vorsicht erlaubt kerl ist noch dekus näherst du dich verschwinde der lenke die nüsse die er spuckt mit seinem schild auf sie öffnen zurück ach so es war nicht nur die vergebung herr lässt du mich gehen wenn ich dir ein geheimes anvertraue springst du aus großer höhe und drückt ab drückt bei der landung den kommigen stick nach vorn rollst du dich ab und länder so den aufprall allerdings kann ich nicht wirklich garantieren dass dies bei jeder absprunghöhe klappt ob es einfach aus wenn du hast ich verschwinde er hat ein herz gekackt ja herz hier ein kommentar und so nötig ist nicht besonderes mehr okay muss ja wohl hoch die neue parte wird ich behaupte mal er wird jetzt 20 minuten lang oder so hey was denn hier kohlen secret wasser schönes drin hat's maul sehr unnützlich so und das job wir sind eine neue schöne sache wie ja das schön steuer oder so ich weiß nicht mehr geil nicht schleuder cool ich weiß wie die funktioniert weil damit können wir nämlich jetzt die die spinnen vernichten wie ich schon erwähnt hatte ja keine ahnung ich drücke man die falschen tasten so jetzt können wir nicht so machen wir sind da oben noch das musste man machen da wollte ich auch wenn du so nach vorne zurück das ist ja sehr toll bei wenigstens geht es voran ist doch etwas schon mal ist hier noch irgendwas egal aber wenigstens klappt es ja jetzt so okay bestens bestens alles bestens ich weiß auch wie das kann man die auch mit autofokus töten jetzt sogar mit autofokus perfekt und dann war da nicht noch eins oh ja schnell vorbei los oha voll knapp gefährlich und so ähm stop können wir uns einfach mal herunterlassen wieder ja perfekt einfach weitergehen man die summe kack vieler mich in ruhe lassen und jetzt hier müssen wir das doch wohl zerstören ja ich glaube dass wir müssen weil mich das umdreht oder woher dreht sich das mal um frage ich mich la link und 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 geht doch meine fresse und jetzt okay dann so dingen ach das ist eine tür und sagt dass sie alle sofort mein gott war es mir so schwer mit sagen dass hier eine tür ist weiter geht zum programm hört sich auf zeit an perfekt soll die so sein diese wie verpackt oder so naja jolo noch mal warm perfekt ok und eine kleine truhe was kriegen wir ein herzchen naja ist ja unnötig egal und lauf und lauf und meine die kunste ja keine ahnung was machen soll das müssen ruhe navi und los und das und das und los und los ein deko stock und diese riesen truhen hier überall hier rumstehen aber auch ein bisschen equipment wenn man auf eine lange und gefährliche reise geht noch kriegen wir ach den kompass jetzt erst ok hier gibt es immer in den ganzen bilder teilen so der man zeigt wo alle die ganzen sachen sind auf der karte die war gar nicht an das ist nichts besonderes mehr oder ok weiter geht zum programm dann müssen wir wohl jetzt aber wohl jetzt weiter ja naja was machst du denn da ja schön finde ich finde da oben irgendwie sind ja toll habe ich runtergeschlagen na wie super idee so nö ja dann lass mich nur du haufen die tür ist noch zu ach so ich habe da mal oben gedrückt wegen navi die kreisen stand blockieren die tür finde ein weg sie darf zu öffnen ja ich habe jetzt so einen dekostab fisch kann ich denn irgendwie anzünden oder so zurück nachdem wir die falsche taste also kann ich mich nicht irgendwie anzünden oder so jetzt sogar geil cool wer hat das geht ist immer kann damit auch dinge anzünden oder nein ich schreibe nicht was ich jetzt noch großartig machen soll weil hier ist ja anscheinend zu ende ich denke mal wir müssen einfach wieder runter habe ich so das gefühl okay letzten let's pack in der truhe ja und wohin müssen wir jetzt frage ich mich hier unten irgendwie rein ja ist ja gut übertreibt doch mal wenn du den ganz rückst kannst du durch das netz nach unten sehen ja da geht es runter wie schön nö ist irgendwo voll voll oder so nö ich weiß keine ahnung was ich jetzt machen muss weil ach so so ne so ne so ne so ne dekonuss vielleicht wer weiß ähm 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 okay das war schon mal nicht richtig nein ähm was ist denn da noch ne abkürzung oder was warte hast du ja na wie ich wüsste gerne was ich machen soll ich hab da noch unten geguckt ja schön musst du jetzt da ähm vielleicht muss man ja von ganz oben runter springen und weil wir so fett sind bricht dann vielleicht durch ist also das spinnens das ist das klingt für mich recht logisch so versuchen wir es wir haben noch etwas zeit bevor der part zu ende geht zwar nicht mehr allzu viel aber noch ein bisschen aber die sind wieder da die fischer toll let's autofokus und wer ich hoffe das hier kommt das nicht meine richtung äh ich kann es gut aus für mich ja gut wir gehabt deswegen müssen wir auch dieses geld und erstmals davon nicht dass ich das gelächter bin da damit wir überhaupt erstmal darunter jumpen können äh so und ey fick dich link ähm du bist ein netter junge link komm her los dreh dich um dreh dich um dreh dich um oh ich muss mich verarschen das hat nicht so gereicht oh mein gott äh hm was gibt's noch für eine möglichkeit vielleicht auch mit diesem stäbchen dann nochmal versuchen weil ich meine in verschiedenen anderen teilen konnte man das immer so durch äh hier durch burnen die spinnnetze kann man zumindest die twilight princess ich weiß grad nicht mehr wie es hier ist ähm deswegen muss ich grad nicht mal schauen dass ich irgendwo so ein ding in zieht erfinde weil ich grad nicht weiß wie das äh ist ich hab ja noch stäbchen übrig das ist ja nicht das problem muss mal gucken wo ich die entzünden kann hier oben war diese eine rum wo ich entzünden konnte aber naja mal schauen oh mein gott äh das hat eben aber noch nicht gemacht oh mein gott naja Glück gehabt egal na du komm dreh dich um und und bam so weiter geht's ähm so jetzt haben wir hier ach stell dir zu die tür oder was ja naja wir wissen es irgendwann und auf damit bestimmt nicht nur den stab wegpicks man kann sogar da und da man damit schlagen kann habe ich so das gefühl dass man das irgendwie so machen muss nicht verarschen das wird da steht naja es ist also wieder weg oh mein gott ich habe keine stäbe mehr ich muss aber doch irgendwie nach unten kommen auch ja also das ist so so eine sehr doofe situation vielleicht gibt es ja irgendwo einen weg wo die jetzt schon weg ist hä jetzt hatte ich den stabort schon wieder weggepackt ich verarsche eigentlich junge oh mein gott was das für ein junge ey ich kann ja gar nichts das ist das geht doch war das denn jetzt so schwer link oh mein gott so kack öh ah link nicht tauchen sollste schwimmen Hier kann er, denke ich, mal hoch Ey, was ist dein Problem, Junge? Kannst du nicht einfach dich hier dran festhalten oder so? Geh doch Und du stirb, du dumme dumme, dumme Pflanze Also, wo kann das denn jetzt weitergehen? Ey, wir müssen irgendwie da rüber Das ist ja keine Frage Oh Das sieht böse aus Nee, kommen wir auch wieder ganz nach oben Das will ja keiner Link Dann machst du wieder böse heute Wo zur Hölle könnte es noch weitergehen? Durchgehen kann man hier nicht Verschlagen kann man es auch nicht Ich würde erst mal dieses 4 hier töten Ach, dann halt nicht Muss ich halt manuell machen Und bam Sehr schön Ach, will die nicht sterben oder was? Ach, braucht die World 2 Geht doch, mein Gott Oh, das hat es viel gedroppt Was soll man das sein? Ich geh's mir mal angucken Du hast eine goldene Skultura zerstört Du hältst ja für ein Skultura-Symbol Und wofür will ich jetzt so was? Und warum will ich nicht da hoch? Ach, hier kann ich ein Ding stehen Sag ich einer sofort Und Ruhe auf Was wirklich schönes Oh, nur ein Herz War ein bisschen den Truhen um mein Herz Und das braucht keiner Mein Gott Wie ich gerade sehe Ist der Part hier auch schon zu Ende Naja War ja Wenigstens wäre etwas weitergekommen Wenigstens das Ich will jetzt speichern So Jetzt geht's endlich Okay, gut Dann verabschiede ich mich für diesen Part Danke fürs Zuschauen Gebt eine Bewertung, wenn ihr wollt Damit ich sehe, ob es euch gefallen oder nicht Und ja, ciao